Hallo liebe Momoto-Fans, herzlich willkommen hier auf dem Sabbelsaurer. Hallo aus eurem deutschen Masters of the Universe-Kanal auf YouTube. Wir wollen heute mal wieder was zusammen auspacken. Diesmal ist es wieder eine Masterburst-Figur und zwar Tila. Ja, eine, zumindest was mich persönlich betrifft, nicht gerade unumstrittene Figur. Natürlich aufgrund von dem Sidecut. So sieht Tila ja ab der zweiten Folge aus. Und es wird natürlich noch eine andere Tila geben. Auch die werden wir zusammen auspacken und begutachten. Aber gerade diese hier, da war ich doch wirklich mal auf den Realeindruck gespannt. Und was soll ich sagen? Ich war sehr positiv überrascht. Hätte wohl keiner von mir gedacht. Aber schauen wir uns die Figur mal genauer an. Wir sehen die Figur in einer Art Action-Pose. Also nicht einfach nur stumpf gerade drin. Das finde ich schon mal gut. Wir sehen die Wechselhände. Wir sehen das Schwert, das sie ab dieser Folge dann, ab der zweiten Folge dann trägt. Und hier diesen quasi Kampfstab, Schrägstrich Speer. Ja, und so viel hat sie an Zugehörern auch gar nicht großartig mit dabei. Sie hat hier noch das Teil, was dann ihr Schwert wird. Also quasi den Griff. Ja, das ist hinten drauf. Tila in einer schönen Abbildung. Zusammen hier unten beworben mit den anderen Masterburst-Figuren. Aus der zweiten Wave plus He-Man und Skeletor. Und an der Seite haben wir ebenfalls ein sehr schönes Artwork. Tila in Action-Pose. Ja, wollen wir sie mal zusammen auspacken. Und diesmal habe ich auch ein Schneidwerkzeug mit dabei. Ja, leider ist sie hier beschädigt. Also für Mox-Sammler wäre das jetzt nichts. Das würde ich in dem Fall dann tatsächlich auch zurückgeben. So, das wäre die Verpackung. Wie immer, die Mauer im Hintergrund. Und hier ist die Figur ausgepackt. So sieht das Ganze dann noch von hinten aus. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch diese Figur wieder einpacken. Finde ich eine richtig tolle Lösung. Da hat Mattel an die Sammler gedacht. Ich packe das Ganze mal eben aus. Und ihr wisst ja, durch das Plastik wird das etwas lauter. Zwei Wechselhände hat sie dabei. So, und da ich nicht wieder einpacken möchte, kann ich dann auch auf das Plastik großartig verzichten. Also kann es ruhig kaputt gehen. So, und hier ist sie. So. Und ihr seht. Eine schöne Strähne auf der einen Seite. Die Gelenke gehen mal wieder schwerer. Und eine, beziehungsweise keine Strähne auf der anderen Seite. Und auch hier hinten sieht man noch den Ansatz, dass das alles wegrasiert ist. Und ja, ich bin natürlich ein Fan von langen Haaren. Es gibt aber Frauen. Da kennen wir zum Beispiel eine, die gute Twyla. Schönen Gruß an dieser Stelle. Der das sehr gut steht. Oder zum Beispiel auch meine Schwester. Aber im Grunde genommen mag ich wirklich lange Haare bei Frauen. Es gibt aber auch Frauen, denen stehen keine langen Haare. Gut, jetzt sind wir hier aber nicht bei Bibi's Beauty Palace. Im Grunde genommen ist das hier nur ein persönlicher Geschmack von mir. Aber es ist okay. Also der Kopf ist wirklich super bemalt, super detailreich modelliert. Überhaupt kein Problem. Ja, und später kommt natürlich noch eine weitere Thieler, wie ich schon sagte. Und dann kann man einfach den Zweitkopf davon dann hier drauf stecken. Wenn man möchte. So, und ihr habt gesehen, das geht wunderbar und wunderleicht. Der Kopf hat absolute Spielfreiheit. Dann sehen wir hier etwas, das fanden auch nicht alle sonderlich gut. Nämlich hier die Muskeln von Thieler. Wodurch sie natürlich, das ist jetzt nicht meine Meinung, aber ihr seht auch hier, muss man die Gelenke alle erst ein bisschen lockern. Das ist auch schon nichts Neues mehr bei den Revelation-Figuren. Auch sie hat natürlich das Brustgelenk. Und ihr seht, wie man das entsprechend einsetzen kann. Das ist wirklich gut gemacht. Vor allen Dingen, weil es so schön versteckt ist. Bei den Classics hat uns das Bauchgelenk immer so ein bisschen gestört. Hier hat man das Ganze etwas in Richtung Brust verlagert. Und man sieht es wirklich kaum. So, wie gesagt, hat sie die entsprechenden Muskeln, die sind ja bei Evelyn nicht so ausgeprägt. Aber man darf eines auch nicht vergessen, Thieler ist eine Kriegerin. Und eigentlich passt das da schon ganz gut. Und ihr seht, hier geht das Doppelgelenk im Ellbogen etwas schwerer. So, aber man kann es bewegen. Und wenn man das erstmal aus der Starre hat, dann geht das wunderbar. Und diese Posiermöglichkeiten sind einfach der Wahnsinn. Das ist einfach der Hammer. Wir können hier in den Händen, dank dieses Doppelgelenks hier, die Hände auch kippen. Hier hat sie noch eine Faust. Sie hat keine zweite Faust dabei, sondern eher noch hier so eine offene Hand. Und eine, um eine Waffe zu halten. Das machen wir dann gleich noch. Der Mantel hier, beziehungsweise die Kleidung ist super flexibel. Hier hinten hat sie noch eine Halterung für ihr Schwert. Und das kann man hier super hinten reinmachen. Funktioniert ja ähnlich wie so eine Art Lichtschwert von den Jedis. Ihr könnt das Ganze hier auch mal etwas genauer sehen. Und ihr seht, das sieht schon echt cool aus. Ich glaube, das war sogar multifunktional, dass dieser Stab hier ebenfalls hieraus entsprechend verlängert wurde. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das so war oder nicht. So, aber ihr könnt es hier hinten reinmachen. Und ganz besonders cool finde ich hier diese Tasche. Dann hat sie hier noch diesen Oberschenkelgurt. Ich weiß, es ist bestimmt nicht die korrekte Bezeichnung, aber da bin ich echt kein Experte. Trotzdem, sehr cool dran gemacht. Der ist nicht abzumachen, aber das ist auch nicht schlimm. Der ist dran modelliert. Auch hier wieder etliche neue Teile. Ihr seht, die Gelenke sind sehr schön versteckt. Und hier ist das Ganze in die Kleidung mit integriert worden. Ihr könnt hier an den Stiefeln die Beine bewegen. Ihr könnt die Füße hier unten bewegen mit einem Zwillingsdoppelgelenk. Also das ist schon wirklich schön gemacht. Posiermöglichkeiten en masse. Abnehmen könnt ihr das ganze Teil hier hinten. Hier sieht es zumindest so aus. Wohl scheinbar. Trotzdem nicht. Es sieht aus wie ein Gurt, aber das kann man wohl nicht abmachen. Nein. Aber gut, viel wird einem das auch nicht bringen. Dann hat man hier diese Schlitze. Hier einmal an der Seite, sodass die Beinfreiheit mehr als gegeben ist. Und durch die Flexibilität der Kleidung ist auch hier volle Posiermöglichkeit vorhanden. Und man kann mit ihr einen Spagat machen. Hier oben hat sie natürlich auch die Gelenke. Hier drin wie bei den Classics. Das kennen wir alles natürlich schon. So, eine absolute Standfestigkeit. Natürlich nicht in jeder Pose. So, aber. So, zack. Und sie steht. Was will man mehr? Also, die Figur ist wirklich super gemacht. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das Design vielleicht nicht ganz so gut bei den Fans ankommt. Weil es natürlich schon was ganz anderes ist als die klassische Tila, die wir so kennen. Aber auch da ist natürlich schon, ich sag mal, Ersatz unterwegs. Es wird ja eine zweite Tila geben im klassischen Outfit. So, wir haben noch zwei Wechselhände dabei. Ich nehme jetzt hier einfach mal diese Hand. Die offene Hand sparen wir uns jetzt einfach mal. Und darin kann sie zum einen hier das Schwert halten. Wobei ich sagen muss, es gefällt mir ganz gut. Aber mir gefällt einfach das Schwert, das sie seit dem 2000X Cartoon, beziehungsweise der 2000X Reihe hat, am besten. Das kam mir dann bei den Classics nochmal zum Einsatz. Und ich hoffe, dass es wiederkehrt. Denn es ist für mich das schönste Motoschwert überhaupt. Aber auch da natürlich alles Geschmackssache. So, beide Waffen kann sie super halten. Kann damit auch super stehen. Kein Problem. Machen wir mal einen Test. Ja, ihr seht, das funktioniert. Auch da wieder natürlich sehr viele Möglichkeiten zum Positionieren. Zum Beispiel hier so. So. Hier das eine Gelenk. So, jetzt ist es draußen. Könnt ihr hier zum Beispiel so eine Pose einnehmen. Also es gibt da dutzende Möglichkeiten, um die Figur zu positionieren. Einfach top. Ja, was gibt es sonst noch großartig zu sagen? Außer, dass es eine Figur ist, die mich sehr überrascht hat. Hätte ich persönlich nicht gedacht. Ich bin immer noch kein Fan vom Sidecut. Hat nicht unbedingt was mit dem Schnitt an sich zu tun. Außer, wie gesagt, dass ich natürlich auf längere Haare stehe bei Frauen. Aber das hat damit nichts zu tun. Es geht hierbei tatsächlich um Tila. Und das, finde ich, sieht da einfach nicht so gut aus. So. Das haben wir jetzt aber auch schon bis zum Erbrechen erwähnt. Und langweilen möchte ich euch damit natürlich nicht. Ja, ansonsten. Ach so, richtig. Genau. Den Stab kann man natürlich dann auch in beide Hände packen. Und damit noch coolere Posen einnehmen, als wie nur mit dem Schwert. So. So. Das zum Beispiel wäre jetzt eine ganz einfache. Also das sieht auch schon nicht schlecht aus. Aber mit diesen ganzen Gelenken hat man natürlich etliche Möglichkeiten. Ja, schreibt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt... Na, wo ist er? Ein Waffenmeister. Macht's gut. 18 44 41 42 42 43 66 53 Holy